Vor mir, die komplette amerikanische Flotte, so wie ihr jetzt seid. Ich und Stinker hörten in der Ferne den Gesang der Sirenen. Und wir beschlossen, unser erstes Freiboot zu springen und diesem zu folgen. Doch plötzlich, aus einer kleinen Nebelschwade, erschien das Flaggschiff der amerikanischen Flotte. Und was ist noch besser als der Gesang der Sirenen? Beutemachen natürlich, Herr Skerr. Ja, natürlich. Was taten wir? Wir enterten natürlich die Kajüte des Admirals auf dem Flaggschiff und hielten ihn freundlichst und ganz, ganz nett unsere Säbel direkt an die Kehle. Und ein Robboot. Wir fragten ihn nach einem mysteriösen Land, wo der sagenumordende Schatz liegen sollte.